Auf der Baustelle vor Ort ist der Polier der Chef. Bei ihm läuft alles Relevante zusammen. Mit Digitalisierung hatte der Polier, wie die gesamte Baubranche, lange gar keine Berührungspunkte. Wir von Otto Heil wollten das ändern. Der Gedanke war vereinfacht gesagt, digitalisieren wir das alles hier. Nach vielen guten Gesprächen gab es für uns nur einen Partner, die Deutsche Telekom. Zunächst brauchte die Otto Heil eine IoT-Plattform, das Herzstück der Lösung. Hier fließen alle Informationen in die Telekom-Cloud. In der Zentrale haben wir den Gesamtüberblick. Alles, was auf der Baustelle an Werkzeugen verwendet wird, wird hier hinterlegt. Zur Erfassung der Baustellen-Assets haben wir mit unserem Partner Seifit robuste Bluetooth-Beacons an Elemente wie Schaltafeln montiert. Diese senden permanent ihren aktuellen Standort bis auf wenige Meter genau und stets live. Für den Polier ist das Handy mit zum wichtigsten Arbeitsmittel geworden, da alles jederzeit über das System lokalisiert wird und stets einsehbar ist. Mittels Geofencing erhalten wir auch direkt eine Nachricht, sollten Bagger oder Werkzeuge die Baustelle unautorisiert verlassen. Kleinere Elemente können auch via NFC-Chips erfasst und zugeordnet werden. Dank der Technik wissen wir jetzt was, wie lange, wo eingesetzt ist. Eine Kostenzusammenstellung ist für uns jetzt sehr exakt möglich. Die digitalen Mittel und Prozesse machen den Beruf auch wieder attraktiver für den Nachwuchs. Daher sind wir froh, mit der Telekom den richtigen Partner zu haben, um ein neues Zeitalter in der Baubranche zu gestalten.